Der Winter ist da. Keine Überraschung und doch überraschend viel los. Es ist einfach schön bei uns im Rheintal, aber nicht so schön war. Es war nämlich eine ganze Menge los bei uns hier in der Region. Jetzt live aus Bonn. Ihre Lokalzeit mit Ralf Henscheidt. Und damit herzlich willkommen. Zahlreiche Unfälle, verstopfte Straßen, querstehende LKW. So, gleich, Sie sehen schon, wird es tierisch. Es lohnt sich. Gestatten Familie Erdmännchen lädt ein. Wir dürfen sie nämlich besuchen. 20.15 Uhr in Abenteuer Erde. Hier gleich nach der Tagesschau in Ihrem WDR Fernsehen. Wir wünschen gute Unterhaltung. Schönen Abend.